Moin Leute, hier ist Schopenhub von VR und das ist natürlich der Kanal, der sich besonders um die Playstation VR kümmert, also interessiert uns auch die Playstation 5 und heute nehmen wir mal eine auseinander. Ne, nicht ich, das hat schon jemand bei Sony getan und ich glaube sogar einer der Designer und es ist interessant genug da mal rein zu gucken, dann können wir ganz in Ruhe gucken was es überhaupt alles für Anschlüsse gibt, was das Ding für Specs hat und so weiter und so beim Auseinanderbauen der Playstation 5. Ist ja geil, starten wir mal. So, tatsächlich ist das Video mit deutschen Untertiteln, für diejenigen, die japanisch nicht so fit sind. Ja, das ist schon mal interessant, die Anschlüsse, also Typ A und Typ C kommt mir sehr entgegen, ich habe schon viele Typ C Geräte, alles mit USB 3.1 Geschwindigkeit, also das Maximalste, was es gerade gibt, kommt schon mal gut, vor allen Dingen für zukünftige Erweiterung, wer weiß. Schneller USB-Port ist gut. Hinten nochmal, zweimal USB A. LAN. Beim HDI haben sie leider nicht gesagt, was für ein Protokoll das ist, da gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Standards, das wäre auch interessant gewesen. Und Strom. Jetzt hat sie das Geheimnis gelöst, warum sie so einen komischen Aufbau hat. Also das Füßchen ist tatsächlich mit einer Schraube dran. Das ist nett. Haben wir an alles gedacht, ne? Okay. Interessant. Das ist übrigens die Version mit Blu-Ray-Laufwerk, ne? Ich habe mir die ohne bestellt, übrigens, ne? Vielen Dank. Oh, bitte. Entfernen. Entfernen. Vielen Dank. Okay, das ist interessant. Meinen Sie, dass man den da selber raussaugen kann, den Staub? Also die Decke lassen sich offensichtlich relativ einfach abnehmen. Schöne Gelegenheit, sich auch so eine Art Cyberpunk-Konsole hinzustellen, wobei ich glaube, dass die Decke für den Luftfluss wichtig sind. Die braucht man. Ah, hier, hier, das ist eine gute Information. Also, für zukünftige Speichererweiterung ist eine M.2-Schnittstelle mit PCI 4.0-Unterstützung angebracht. Also man wird ganz normale SSDs mit einer M.2-Schnittstelle als Erweiterung reinstecken können. Das ist wichtig, denn die PSVR hat standardmäßig lediglich 800 paar zerquetschte Gigabyte und davon bindet auch das Betriebssystem noch was. Also da wird es schnell eng. Ja, perfekt. Guckt euch das an. So, jetzt schraubt ihr sie auseinander. Crazy. Sieht erstaunlich oldschool-isch aus alles, oder? Okay. Das ist ein ziemlich großer Lüfter, das heißt, der ist relativ leise. War ja ein bisschen das Problem der PlayStation Pro. Bei vielen, glaube ich, dass die echt Alarm gemacht hat. Meine ist verhältnismäßig ruhig. Okay. Ultra-HD-Laufwerk, also 4K-Movies. Ah, hier wieder ein Detail. Die PlayStation hat Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6 hat nicht nur eine hohe Übertragungsrate, sondern auch einen ziemlich hohen, wie sagt man, ist das Wort dafür auch Ping? Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist es damit möglich, sehr schnelle Response-Zeiten von Eingabegeräten zu erreichen. Und das könnte tatsächlich, also Wi-Fi 6 könnte bei uns der Weg sein, wie die PlayStation eventuell zu einer PlayStation VR 2 ihren Kram hinstreamt. Ja, tatsächlich. Einige Kenner bei der Oculus Quest funktioniert das jetzt schon mit jetzigem Wi-Fi über WLAN ganz okayisch. Ja, eigentlich ganz okayisch, kann man sagen. Und mit Wi-Fi 6 sollte das eigentlich wirklich delayfrei gehen. Also dass ihr wirklich viele Daten, sprich das Bild übertragt, aber auch schnell genug, dass eure Eingaben schnell genug zu Konsole kommen. Also das könnte der Weg sein zu einem Wireless VR Headset für die PlayStation 5. Wi-Fi 6. Bluetooth ist nicht so aufregend, 5.1 ist so normaler Kram gerade. Ja, das ist ja lustig, habt ihr gesehen? Da sind so kreisförmig Chips angeordnet. Ja, auch wieder Specs, ne? Also das ist der Zen 2 Prozessor von AMD. Das bedeutet, das ist eine CPU und GPU in einem und die CPU hat acht Kerne bei 3,5 Gigahertz. Das ist schon ganz anständig, ne? GPU läuft dann mit bis zu 2,23 Gigahertz. Das ist dynamisch geregelt, ne? Je nach Last und kann maximal 10,0 Teraflops erreichen. Und ist eine RDNA2-Based Grafik-Engine. Also ist die GPU-Geschichte, die jetzt von AMD demnächst erst in Form von Grafikkarten rauskommt. Das ist der Arbeitssprecher. Der Arbeitssprecher ist das, was da so kreisförmig installiert ist. Das ist super schräg. Ja, er hat eine extrem hohe Bandbreite. Da, und genau, hier sind es 825 Gigabyte. Was hatte ich gesagt? Eben 860. Das sind die, also draufgelötete, festverlötete Chips sind die SSD-Festplatte, auch mit einer irre hohen Zugriffgeschwindigkeit. Man kann dann als Erweiterung offensichtlich direkt ins Gehäute sich so ein M.2-Standard-SSD-Modul ploppen. Das ist tatsächlich eine ganz gute Lösung. Soweit ich weiß, gibt es bei Xbox so prioritäre kleine Module zum Nachrüsten der SSD. Das hier ist jetzt so PC-Kram, den man dann erweitern kann. Also könnte dafür sorgen, dass es mit der Zeit einfach günstiger wird, großen SSD-Platz zu haben. Das hier ist jetzt so. So etwas habe ich noch nie gesehen. Früher gab es ja immer so eine Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühlsystem und jetzt benutzen sie. Flüssiges Terminator 2 Metall. Ganz geil. Wow, guck dir mal den Kühlkörper an. Das ist ein Gerät. Wow. Also wie bei der Playstation 3 und 4 gibt es ja auch eine Headpipe. Die neue Form der Luftstrom ermöglicht jetzt jedoch die gleiche Leistung wie bei einer Dampfkammer. What the fuck? Ich glaube, das ist komisch übersetzt. Netzteil. 350 Watt. Aha. Und das war's. Das ist das ganze Ding auseinandergenommen. Meine Fresse. Ja, interessant, interessant. Komisch, ne? Also ich hätte gedacht, so ein Ding ist heutzutage schon ein bisschen graziler. Aber so die ganze Lüftertechnik und so kommt man wohl immer noch nicht drum herum sehr, sehr mächtige Geschichten zu installieren, wenn das halt die Leistung haben soll, die das heutzutage hat. Und es ist immerhin ein saftiger Achtkernprozessor mit 3,5 Gigahertz. Hier meine Workstation, an der ich gerade sitze, hat nur sechs Kerne bei 3,5 Gigahertz. Also, na, geht schon was. Die GPU ist halt auch, ich würde mal sagen, so ungefähr wahrscheinlich dann eine Mittelklasse Grafikkarte, wenn man es mit einem PC vergleichen würde. Der Vergleich hinkt aber, weil hier natürlich die API viel direkter ist. Also die Programmierer können ziemlich close to metal gehen und das Ding gut ausnutzen, während zum Beispiel bei einem Windows-Rechner noch lauter Übersetzungslayer dazwischen sind. Und außerdem muss da der Code auch flexibler sein, da er ja mit ganz vielen Geräten funktionieren muss. Und das kostet alles, alles Performance. Und bei so einer Playstation ist es halt, wenn eine Mittelklasse Grafikkarte drin ist, dann bringt die halt die Performance von einer High-End Grafikkarte auf dem PC. Geile Scheiß. So, ein bisschen halbwissisches Geplauder. Aber das war's. Interessant. Also, jetzt wissen wir, was für eine Anschlüsse da drin ist. Ich finde es ganz niedlich, was sie mit dem Fuß gemacht haben. Dass man die Schraube, mit der man den aufrecht stehen lassen kann, dann in den Fuß rein machen kann. Und dann clippt man die auch an die Gehäuse-Seite. Dann kann sie nämlich flach stehen. Das Gehäuse ist ja selber so uneben und kann dann aber mit dem Fuß auch flach gelegt werden, irgendwie im Schrank oder so. Cool. Gefällt mir. Komisches Gerät auf jeden Fall, ne? Aber mal sehen. Vielleicht sehen wir auch irgendwann nochmal ein Video, wie eine Xbox auseinandergenommen wird. Würde mich fast auch mal interessieren, was Microsoft da so gemacht hat. Schönes Ding. Ich hoffe, euch hat es gefallen, meine nackte Playstation 5 zu sehen. Schreibt mal drunter. Schreibt mal eure Meinung drunter. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch denkt, dass es genauso aussieht wie Computer von vor zehn Jahren innen drin. Die Chips sind wahrscheinlich ein bisschen kleiner geworden. Aber ich bin echt verwundert. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich mittlerweile zu viel mobile Technologie, wo das ganze Motherboard irgendwie nur noch so ein kleines Ding ist. Ja, hier ist alles noch schön massiv. Das war's von mir. Mo Tenzen. Ich freue mich über ein Däumchen und schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung. Bye, bye.